Sportsfreunde, wir sprechen heute über den Proteinriegel, von dem ich ein richtiger Fanboy bin, und zwar der neue M&M Crispy Bar. Das Ding sieht gar nicht so richtig aus wie ein Proteinriegel, es sind zwei Bites, die du bekommst, also zwei Proteinbites. Und ich kann einfach nur sagen, jeder der gerne Proteinriegel ist, jeder der abends so auf der Couch einfach Bock hat, noch irgendwas Süßes zu essen, natürlich fitnesstauglich, der wird sich wahrscheinlich Hals über Kopf in diesen Riegel verlieben. Man sieht schon auf den ersten Blick, so der typische Riegel ist es eben nicht, und eben auch was die Nährwerte angeht, muss man natürlich sagen, klar, 15 Gramm sind erstmal gut, 15 Gramm wertvolles Eiweiß, auch soweit für den Muskelaufbau ganz sinnvoll. Auf der anderen Seite natürlich der Zuckergehalt, der liegt nicht gerade niedrig, und zwar, das muss man hier mal ganz klar sagen, pro Portion, also pro 52 Gramm Portion, bist du hier mit 14 Gramm Zucker dabei. Da muss man schon ganz ehrlich sein, das ist nicht gerade wenig, also im Vergleich zu anderen Riegeln, muss man ganz klar sagen, ist das schon ziemlich viel, 14 Gramm, natürlich im Vergleich zu den normalen M&Ms immer noch relativ wenig, aber man darf natürlich nicht vergessen, die M&Ms, die sind hier auch wirklich enthalten. Wenn du dir sagst, ich mag Süßigkeiten, ich habe auch Lust mal was Süßes zu essen, das muss jetzt nicht das absolute Nährwert Wunder sein, weil das ist es hier garantiert nicht, dann ist es genau das Richtige für dich, auch wenn du diszipliniert bist, und sagst, ich esse einen von den Bites und den anderen später, oder ich teile mir das mit meinem Freund oder meiner Freundin, natürlich auch optimal, dann sind es letztendlich 7 Gramm Zucker, das ist absolut zu vertreten, ansonsten muss man natürlich ganz klar sagen, hier sind die M&Ms drin, und zwar die originalen M&Ms, das ist sozusagen eine Köstlichkeit, die nicht nur von der Mars Company ist, sondern eben auch noch die Originalzutat enthält, also das ist schon mal ein großer Unterschied zwischen dem, was viele versuchen, hier ist es tatsächlich in die Tat umgesetzt. Ganz unschwer zu erkennen, unter dem Schokoladenmantel verbirgt sich also eine Schicht aus Krispys und aus prall gefüllten M&Ms in allen möglichen Farben, und eben diese Krispys direkt unter dem Schokomantel, und dann noch der Proteinkern, erfordert auch viel Disziplin von mir, hier nicht direkt zuzuschlagen. Also geschmacklich, man kann es nicht besser sagen, vollgestopft bis oben hin mit M&Ms, da sind die Nährwerte wirklich absolut angemessen für. Wen wundern die Nährwerte, wenn die so prall gefüllt sind mit M&Ms? Also die sind wirklich Reihe an Reihe, das Ganze kann man nicht anders sagen, als wirklich, wirklich lecker. Alle, die wirklich Bock haben auf einen Riegel, der in erster Linie schmecken muss, und in zweiterlei Linie vielleicht noch so ein bisschen fitnesstauglich ist, 15 Gramm Eiweiß, ja, Zuckergehalt 14 Gramm, das ist jetzt natürlich nicht wenig, dann ist es schon eine richtige Wahl, aber wie gesagt, für eine Diät oder für eine Wettkampfphase ist das Ding aufgrund der Nährwerte leider nicht geeignet. Ja, Sportsfreunde, probiert es einfach selbst aus, Link ist wie immer direkt unter diesem Video, ansonsten alle Nährwerte, alle Zutaten natürlich bei uns im Muskelmacher-Shop online.de zu finden. Wir sehen uns im nächsten Review, viele Grüße, dein Simon. Bis zum nächsten Mal.